So richtig liegt sie uns ja nicht, weil die drei Male, die wir gegen sie gespielt haben, da hast du schon recht, das war alles eng, aber es waren alles 2-1 Niederlagen, die dann wirklich auch in der Schlussphase häufig entschieden wurden und das zeigt halt einfach, welche Qualität sie haben. Wir haben in allen drei Spielen eine gute Leistung gezeigt, bis zu einem gewissen Punkt, jetzt wenn man jetzt nur das letzte Spiel nimmt gegen Manchester City in England, dann hat es halt einfach nicht gereicht, weil man nur bis zur 78. Minute es geschafft hat, dann das Tor sauber und klar zu verteidigen und wir müssen halt einfach bereit sein, diese Leistung nochmal abzurufen, sie nochmal zu toppen und sie dann bis zum Ende durchzuziehen. Und dann nicht bis zur 78. Minute rauszustechen und Druck auf den Gegner zuzumachen, sondern halt auch wirklich bis zur 90. und die Möglichkeiten, die man dann halt hat, auch weiterhin klar zu Ende zu spielen, wenn die Beine irgendwann mal müde werden.